Was geht ab meine lieben YouTuber, ich bin wieder euer TigerWinch15 und ich werde euch heute mal wieder den Star Wars Helm vorstellen, die alle zwei Wochen kommen, von D'Agostini. Heute ist die Ausgabe 13 angekommen, wer es noch nicht wusste, alle zwei Wochen, jeden Mittwoch, kommt die neue Ausgabe von den Star Wars Helm Sammlung an, von D'Agostini. Fangen wir mal mit dem Helm an, und zwar der Mabu Pilot Helm. Das ist die Ausgabe 13, ausgepackt auch so, ausgepackt wieder so aus, von vorne auf jeden Fall so, von der Seite so, von hinten so. Und die andere Seite dann wieder so. Und zu dem Helm kann ich keine Eigenschaften sagen, ich kenne diesen Helm gar nicht. Spaß, das steht ja alles, wie immer, im Heft drinnen. Und zwar dem Nabu Pilot Helm Heft, das hier. Ja, da sind noch jede Menge Hefte drin. Falls ihr es noch nicht wusste, die Mappe sieht so aus. Steht dann vorne nochmal die Star Wars Helme Sammlung, hier so. Ja, und zum Helm kann ich euch leider nichts sagen, weil das müsst ihr selber herausfinden, das steht alles im Heft. Und ja, ihr wisst, alle zwei Wochen kommen dann die Star Wars Helme wieder raus. Also jeden Mittwoch beim Lottoladen kann man die kaufen, beim Kürz glaube ich nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, 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 hm 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 hm. Ach ja, und ich werde euch noch eine Sache zeigen, und zwar die, hm 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 hm. die anderen Helme stehen alle hier bei mir also so ja dann werde ich euch auch jetzt mal im nächsten video werde ich euch zeigen Marvel Missions das sind jetzt nicht die Guild of the Guardians ich will euch nur zeigen was ich da liegen habe damit ihr das bescheiden wisst die Marvel Missions Kartensammlung werde ich euch als nächstes zeigen und dann sage ich euch nur tschüss und bis zum nächsten mal in zwei Wochen bei der nächsten Star Wars Hemmelsammlung Vorstellung und tschüss